Hallo und herzlich Willkommen zu Wizard. Ich bin jetzt auf der dunklen Seite der Macht. Und... Oh Gott, was ist passiert? Was ist passiert? Oh Gott, ich bin frei. Ich bin frei. Leute, ich bin zurück. Ich war auf der dunklen Seite der Macht. Vielleicht war es auch die Schizophrenie. Aber jetzt bin ich auf der bunten Seite. Leute, was ist jetzt schon wieder passiert? Ich spüre Kräfte. Okay Leute, ich habe wohl abgefallene Fähigkeiten bekommen. Das ist echt krass. Ich probiere auch mal was. Ich probiere auch mal was. Ich probiere auch mal was. Dann mehr Wahnsinn und mehr Liebe. Also Leute, schaut Wizard nicht.